Die Leiden des jungen M. Episode 1 Der Azubi und die Wochenberichte Von Angelo Negro, gelesen von Kia Es beginnt wie ein ganz normaler Tag. Der Azubi sitzt vor seinem Bildschirm und erfasst einen Auftrag. Und wie es nun einmal in der Natur eines Auszubildenden liegt, hat er zwischendurch immer mal wieder eine, teils auch überflüssige, Frage. Und jener Frage muss ich gelegentlich aufstehen und um die Tischgruppe gehen, um nachvollziehen zu können, was auf seinem Monitor vor sich geht, um die Frage zu beantworten. Bei einem dieser Rundläufe bemerke ich auf seinem Tisch eine gewöhnliche Klarsichthülle, in der ich seine bisherigen Ausbildungsberichte erkenne. Ich zeige drauf und sage, holen Sie sich gleich mal einen Schnellhefter aus dem Materialschrank und heften die Berichte sauber ab. Warum? kommt die unweigerliche Gegenfrage. Das geht doch auch so. In Gedanken verdrehe ich die Augen und schlage mir vor die Stirn. Sehe ich doch schon einen Stapel zerflederter Berichte auf dem Tisch des Prüfungsverantwortlichen. Entscheide es vielleicht mit ganz einfacher Logik in Form einer kleinen Rechenaufgabe zu versuchen. Ich weise auf die betreffenden Papiere und setze an. Also, dies sind Wochenberichte, nicht wahr? Ja. Heißt, ein Bericht pro Woche. Wie lange dauert Ihre Ausbildung? Fahre ich fort. Drei Jahre. Wenn ich Glück habe, zweieinhalb. Spontan schießt mir durch den Kopf, dass ich darauf nicht wetten würde. Aber ich verkneife es mir und fahre fort. Wie viele Wochen hat ein Jahr? Und aus des Azubis Mund dringen die schicksalhaften Worte. Weiß ich nicht. Ich friere in meiner Bewegung ein. Die Erde verlangsamt ihre Rotation. Hintergrundgeräusche verstummen. Und der Wassertropfen, der sich gerade vom Perlator in der Teeküche gelöst hatte, verharrt starr in der Luft. Ein Augenblick absoluter Ruhe, der durch mein plötzlich hervorbrechendes Gelächter jäh unterbrochen wird. Kaum fähig zu atmen, sacke ich schließlich keuchend auf meinem Stuhl zusammen, wobei ich allerdings ein gelegentliches an Irrsinn erinnerndes Kichern nicht unterdrücken kann. Was? Stoße ich hervor und bemerke da erst, dass der Azubi mich stumm und völlig verwirrt anstarrt. Bitte sagen Sie mir, dass Sie mich nur verholken wollen. Nein, wirklich. Ich weiß es nicht. Was lernt Ihr jungen Leute eigentlich heute in der Schule? Doch bevor er antworten kann, erscheint der Chef und erkundigt sich, was denn dies Gelärme zu bedeuten habe. Ich gebe die Situation wieder, wie er lebt, und auch er kann sein Amusement nicht unterdrücken. Endlich wieder zur Ruhe gekommen, fragt dieses Mal der Chef, Also, wie viele Wochen hat ein Jahr? Ich weiß es nicht. Versuchen Sie es doch mal mit Rechnen, schlage ich vor. Doch macht er aus dem allgemeinen Sprachgebrauch heraus, ein Monat habe vier Wochen den unweigerlichen Fehler Seine Augen strahlend triumphierend. Falsch. Ein kurzer lingualer Peitschenhieb lässt das Strahlen verschwinden, so schnell wie es erschienen war. Aber Sie sollten wissen, dass der Monat nicht nur vier Wochen hat, erinnere ich, lenke aber kurz ein. Naja, gut, bis auf einen, aber auch das nicht immer. Nun ist das Azubis Verwirrung nahezu greifbar. Ich möchte an dieser Stelle die Sache abkürzen. Nach einigem Rätselraten gelangten wir endlich zur ersehnten 52. Und ich verweise ergänzend auf unsere 3-Monats-Kalender. Einer hinter ihm, einer hinter mir. Und da es bereits Ende des Jahres ist, kann man gut die 52 vor der letzten Dezemberwoche erkennen. Jedoch muss ich auch einwenden, dass es tatsächlich gelegentlich Jahre mit 53 Kalenderwochen gäbe. Je nachdem, wie die letzten Tage fallen. Aber das wäre nun wirklich Haarspalterei. Bis zum nächsten Mal.